Hallo Sportfreunde, ich möchte euch heute hier mal schnell meinen neuen Laufradsatz zeigen. Wie ihr sehen und hören könnt, hat mein neuer Laufradsatz auch Laufgeräusche in der Vorderachse. Ich habe das Vorderrad heute gleich wieder zurückgeschickt und ich hoffe, dass ich bald ein neues bekomme dafür. Hat der Qualitätssicherung mal wieder nicht richtig aufgepasst. Aber sonst ist es eigentlich top. Also viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Wenn ihr es etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt euch heran. Viel Spaß und wenn euch der Laufradsatz auch so gut gefällt wie mir, würde ich mich über eine positive Bewertung eurerseits her freuen. Viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Glockenzeuge Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020